... .. ... ... ... ... Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen und würden uns auch sehr über Geldspenden freuen, weil wir haben Fahrdienste, wir kaufen manchmal etwas Außergewöhnliches, was jemandem fehlt und dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen. Wir haben ein Spendenkonto, das ist auf unserer Homepage zu finden, Eschwege hilft in einem Wort bei GMX, aber die findet man ganz einfach bei Eschwege hilft, unsere Homepage und neuerdings, das haben wir seit gestern eingerichtet, kann man bei Paypal ganz einfach bei uns spenden und das Geld können wir sehr gut gebrauchen. Dankeschön. Musik 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 Hier sind wir schon 60, ja. 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 Fertig.